Meine Herren, ohren auf! Der Vizepräsident hat auf seiner Wahltour einen Stopp gemacht und von dort haben wir einen Notruf erhalten. Dann riss der Kontakt ab. Tut alles, was in eurer Macht steht, um den Vizepräsidenten zu schützen. Commander, wir müssen miteinander reden. Nicht jetzt! Wissen Sie denn, worauf sich Ihre Jungs da einlassen? Sieht aus wie in einer Geisterstadt. Hörtest du dich im Dunkeln? Gesichert! Herr Vizepräsident, wir holen Sie hier raus. Sind alle unverletzt? Im Abstellraum ist noch ein schwer verletzter Bodyguard. Das ist ein biologischer Anschlag. Könnt ihr mal jemand helfen? Jeder, der bedrohlich aussieht, wird erschossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jeder angesteckt hat. Was wollen Sie tun, Sir? Um das restliche Amerika zu retten, werden wir Sie bombardieren. Oh mein Gott! An alle! Code Red! Bewegung! Bewegung! Verseuchte! Runter! Kommt her! Na, Jungs, alle bereit? Das wird das Dümmste, was wir je getan haben. Wahnsinn, ihr seid echte Navy Seals! Gut erkannt. Das ist in der Nähe des Körpers. Oh mein Gott! Das ist in der Nähe des Körpers. Das ist die Nähe des Begezes. Oh mein Gott! Du bist de Zugang, was es quindi war. Ja, sie sind doch nicht. Was werfst du zu sehen? Und das ist immerhin. Untertitelung des ZDF, 2020